So, ich habe jetzt hier den Taipei Tower, der hat ungefähr eine Höhe von 500 Meter und die Aufzüge fahren mit 60,6 Kilometer pro Stunde und wie lang braucht es, bis man jetzt hier von unten nach oben kommt. Der steht in Taiwan und ist bekannt als ein Erdbebengebiet. Der ist stabil, also da kann die Erde wackeln, der bleibt stehen. Das ist interessant. Okay, die Formel lautet, man schreibt erstmal die Formel, V ist S durch T. Gegeben ist V und S, also die Höhe ist ja S. Bei V ist das in kmh gegeben, das heißt ich schreibe jetzt hier 60,6 durch 3,6 und dann habe ich es in Meter pro Sekunde und das sind dann ungefähr 16,8 Meter pro Sekunde und ich muss jetzt nach T auflösen, damit ich mein T bekomme. Also mal T, V mal T gleich S, jetzt dividiert durch V, T gleich S durch V. Einsetzen, genau, ein bisschen Platz machen, dann können wir das da so rüberschieben, so. Also, einsetzen ist gleich der Weg, das waren 500 Meter, die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde, 16,8 Meter pro Sekunde, dann kommt auch Sekunde raus und man hat dann ungefähr gerundet 30 Sekunden, Ergebnis doppelt unterstreichen. Was mir jetzt dabei wichtig ist, wir haben hier, also erst auflösen, dann einsetzen und Ergebnis runden. Und so macht man es. Bei der B fragt man, warum es ein bisschen länger dauert. Ja, der muss ja erst hier, das läuft ja nicht mit konstanter Geschwindigkeit, der muss ja hier erstmal schneller werden und dann fairer und dann muss er langsamer werden. Also, Gas geben, bremsen, Gas geben, konstant fahren und bremsen braucht Zeit. Also, es wird wahrscheinlich so 40 Sekunden oder so dauern, fast, ja, nicht ganz eine Minute. Das ist für einen Aufzug eine sehr hohe Geschwindigkeit. München und Olympiatum waren nicht so schnell.